hey leute ja willkommen zurück ich hoffe ihr hattet einen schönen tag soweit nun wollen wir mal schauen wie weit ich von level 26 jetzt durch komme und zwar wir haben soweit geforscht wie möglich hier haben wir die die einheiten slots hier habe ich auch schon zwei drei fehlt nur noch einer das dauert noch zehn stunden dann haben wir den hier habe ich beim ersten skill tree habe ich natürlich alle frei gemacht beim zweiten auch aber nicht alles geskillt wie man sieht sondern nur das nötigste beim dritten skill tree genau dasselbe ich bin als allererstes immer zu den slots gegangen für die einheiten damit wir unser power level erhöhen können wie man sieht hier ein bisschen da ein bisschen in der mitte als nächstes holen wir uns den hier und danach gehen wir hier weiter durch bis zu dem und machen erstmal den entdecker tree soweit wir können wir können werden wahrscheinlich als allererstes hier in der barriere gestoppt weil wir 18 punkte scale müssen dementsprechend werden wir nur bis hierhin kommen und danach machen wir halt vielleicht hier oben die noch wie gesagt letzten bäume sind erst erreichbar wenn man 18 punkte geskillt hat jetzt kommen wir aber zu den überlebenden wie man sieht ich habe 815.000 überlebende ep bisher gefahren ja nicht sehr viele legendäre nur ein paar und einen mystischen habe ich für ihn gezogen und jetzt werden wir gucken wie weit wir von level 26 kommen dementsprechend gehen wir jetzt auf unsere einheiten ach so genau ressourcen gehen wir kurz gucken ich habe 326 regentropfen gefahren damit lässt sich durchaus was anrichten so als allererstes sehen wir hier sind alle nur episch 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 hier sind da mal ein paar legendär so wir fangen als allererstes womit fangen wir an den angriffsslots ja hierfür fehlt mir ein vernünftiger anführer den habe ich leider gottes nicht was sehr schade ist na gut wir fangen fangen einfach vorne an ich will halt an an punkten anfangen wo ich später dann nicht nochmal umskillen muss wir fangen jetzt hier an so jetzt wir sind bei level 26 jetzt wenn ich die 800.000 verbraucht schauen wir mal wie weit wir kommen als erstes level natürlich unseren anführer der braucht 13 regentropfen hm ein trainingsplanbuch lustig habe ich gar nicht mehr in erinnerung gehabt so jetzt sind wir schon 27 so wir machen die erstmal auf 20 genau das selbe wie wir sehen haben wir jetzt schon knapp 60.000 weg das ist das nochmal level die anführer kosten immer ein paar mehr regentropfen aber das macht ja nichts so auch level 20 weiter gehts zum nächsten wir haben jetzt schon gute 100.000 verbraten ne ich hatte 800.000 ne ich hatte 800.000 wir haben also schon gute 200.000 aber haben immerhin 5 level gemacht der nächste die nächste ja ich hoffe dann einfach mal dass irgendwann mal quasi ein update kommt wo ihr mit eure epischen Survivor, also Überlebenden, auf Legendär mal einfach machen könnt. So, angefangen wir jetzt erstmal auf 20. Das bleibt jetzt so. Jetzt suchen wir uns das nächstbeste raus. Das wäre hier. Die braucht natürlich jetzt ein bisschen mehr, weil die mystisch ist. Die habe ich bisher auch noch nicht gesehen. Was? Was ja auch immer. Die, ja, die passen schon 23 Regenklopfen. Dementsprechend auch mehr Survivor XP. Ja, wir haben jetzt schon die Hälfte verbraten. noch 400.000 Wir haben aber bisher gute 10 Level gemacht. Wir werden auch, ich vermute mal, nah an die Level 40 kommen. Aber, wie ihr sehen könnt, ich hatte 800.000. die Level 20.000. Dann geht das recht schnell weg. sehr wenig. So, jetzt haben wir die 2 schon auf 20, den Rest machen wir jetzt erstmal auf Level 10 und schauen wie weit wir kommen. So, jetzt sind wir auf einmal. So, jetzt haben wir die 2. Und dann haben wir die 3-2. So, jetzt haben wir die 3-2. So, jetzt sind wir die 3-2. So, jetzt haben wir die 3-2. Und 38 kriegen wir auch noch hin. So sind alle auf 10, weiter geht's zum nächsten. Vielleicht kriegen wir auch noch 39 hin. Ja, wichtig ist auf jeden Fall, dass eure Anführer den selben Charakterzug hat wie euer Rest. Weil er den Rest dann damit einfach nochmal ein bisschen boostet. Somit haben die mehr Power als die eigentlich haben. Ja, wie man sieht, die Überlebende schwindet nur so dahin. So, die haben wir, jetzt kommen wir zum nächsten hier. So, Level 39 sollten wir auch noch hinkriegen. Mit Level 40 wird's eventuell schwer. Und wir kriegen auch wahrscheinlich gar nicht alle auf 10, so wie ich das sehe. Ich hab hier noch ein paar Squats über. So, weiter geht's. So, weiter geht's. So, 50.000 haben wir nur noch. Den haben wir, den haben wir. Seht ihr? Die letzten zwei kriegen wir gar nicht alle hoch. Deswegen machen wir erstmal nur den hier noch. Und danach mache ich etwas, was ich bei meinem Main gemacht habe. Und bei den... Ah, ich hab schon glaube ich 40. Sehr gut. Das war da das, was ich wollte. So, jedenfalls werde ich jetzt etwas machen, was ich mit meinem Main immer mache zuerst. Und zwar, ihr kriegt einen ganz netten Boost, wenn ihr einfach weiterentwickeln macht. Dann jumpen die auch einfach ein Stück. Wie man sieht, sind das 8 Punkte nur durch... auch wenn wir da jetzt kein Level rein scannen. Das sollte uns jetzt gerade erstmal egal sein. Mehr so viel können wir gar nicht mehr machen. Noch 7, 8 Stück. Und hier nochmal. Die Fägentopfen haben ja auch alle gut verballert. Das reicht aber tatsächlich nicht für... Oder, oder? Einen haben wir noch. Moment, machen wir lieber einen Anführer. Was ist mit dem hier? Der braucht noch... Mist, habe ich nicht genug. Der braucht... Jo. So. Also. Das war's dann. Jetzt habe ich alles verbraten. Jetzt können wir nochmal kurz gucken. Wie man sieht... Oh ja. Alle anderen blinken. Die habe ich gerade halt alle gelevelt. Ja, aber ich bin jetzt von Level 25 auf 41. Ressourcentechnisch haben wir jetzt 240, 50 Regentropfen verballert und 800.000 Überlebenden EP. Ja, ich hoffe das hat euch geholfen. Danke fürs Zuschauen. Einen schönen Abend noch. Ciao. 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 Ciao.